Das war das im CT-Sied oder im MRT. Dieser ist erst an dem Stadion zu sehen. Die meisten werden wahrscheinlich das auf dem Bier reden, weil so eine Verschlechterung ist sehr schlecht behandelbar. Das ist diese Prophe-Dienst. Man muss sich vorstellen, wenn man von diesem Diagramm auf diese Rülle springt, eine Steigerung zu nutzen. Diese haben dann im Endeffekt die 80%igen, haben es dann ein paar Jahrzehnte, die schon weiß haben. Die nächste...